Adele, Lavendel. Magische Düfte, schwirren durch die Lüfte. Rosalinde, wie seht's, meine Winde? Gut. So, servus, schatze, ich muss jetzt gehen. Was? Ohne zu so bieren? Ja, wenn die Ratten dich benagen, hüte dich vor vollem Magen. Wie? Ja, ein altes deutsches Sprichwort. Oh, mein Armer, Gabriel. Arme Rosalinde, süße Träume mögen dich umgaukeln, während ich die Nacht ruhelos durchweizen werde. Wie? Durchwachen werde. In solch einer Situation hat man nur die Wahl, in Schmerz zu vergehen oder sich voneinander loszureißen. Reißen wir uns los. So muss allein ich bleiben nach Tage ohne dich. Wie soll ich dir beschreiben, mein Weich, so fürchterlich? Wie werd' ich es ertragen, dass dich mein Mann verließ? Ich werde dein Gedenken des Morgens beim Kaffee, wenn ich dir ein Geschenk in die leere Tasse seh, kann keinem Bruder denken, kann keinem Bruder denken, kann's lange mehr nicht miss, nicht schwarz und bitter trinken. Oh Gott, wie ruhig dich dies. Oh Gott, wie ruhig dich dies. Oh Gott, wie ruhig dich dies. Wo bleibt die traute Gruppe? Kommt Mittag dann heran, zum Rindfleisch, wie zur Suppe, wie zum Kraten, keinem Mann. Und singt der Nächtsgeschleuer, im Film werden sie, mein Schmerz wird auf der Hunde. Und singt der Nächtsgeschleuer. Den Kopf verliere ich dir. Der Kopf ist ganz benommen. Der meine ich ganz gut. Den Kopf musst du gehen. Den Kopf musst du gehen. Du bleibst mein Gott. Es gibt ein Widersinn. Es gibt ein Widererzehn. Es gibt ein Widererzehn. Du bleibst mich, du bleibst mich da. Du bleibst mich, du bleibst mich, du bleibst mich, du bleibst mich. Na, der wird sich fabelhaft immer restamüsieren. Wer weiß, wer dort aller sitzt. Und ich sitze da, als arme, verlassene Frau und traure um ihn. Sieht's da? Ja, er sitzt. Gut. Ja, eine kleine Stärkung. Du, das ist aber lieb. Lieb und aufmerksam. Machen Sie doch keine Umstände. Hast ganz recht. Was machen Sie denn? Weißt du, Rosal? Ich hasse alles vor, Melle. Darum mache ich mich jetzt ein bisschen bequem. Was, jetzt schon? Du wirst lachen. Mit dem Schlafrock des Hausernden. Na, ich bitte doch mal. Ja, aber Rosal, was ist denn? Hast denn gar kein Appetit auf heute? Na, das ist doch zu arg. Rosal? Ja, ich hab's nicht mehr. Vielen Dank.